es geht so nach 82 jahren ich bin wieder da so der beste von allen schon wie ihr sehen könnt ohne in welle klantik ja der will das mega mega nerf bekommen ohne mich ist der klan halt zwei prozent also der kleine ist es halt sehr sehr schwach so geworden jetzt ohne mich weil ich der stärkste mann auf ganz minecraft wisst ihr noch alle das zeige ich euch kurz nach langen langen zeit wo ich weg war ich war lange weg weil es tage wieder mal ein bisschen minecraft wieder mal die letzte woche um so ja ich sehe ich die gründe warum ich verlegt geliebt bin ja und dabei dass ich kurz kurz laufen wie astral mit seinem schwulen mails ganz gejagt hat weil ich verliebt und so keine ahnung einer der gründe war natürlich auch dass keiner so stark war wie ich dort ich wegen der stärkste von allen der massivste brutalste beste und die konnten halt nicht mit mir mithalten naja und ein weiterer grund ist halt müff er hat mich halt verbal sehr sehr fertig gemacht ich hatte sehr harte zeiten wegen ihm er hat mich auch sexuell belästigt er hat auch auf meine adresse pizzen bestellt klamotten bestellt so ein xxl größte soll damit sagen wir dass ich fett bin und so wie rebex keine ahnung warum ja es ging mir halt so sehr auf den nerven dass ich so misshandelt wurde von mit und mich halt dass ich einen schlussstrich gezogen habe schläge wurden mir zu viel ja ich bin nicht mehr los weil es ist halt weil es so 38 mal schwächer wie gesagt noch mal bevor die leute sagen ja wieso hast du dich denn nicht beim müff gewährt ja ich wollte halt nicht weil ich ein guter mensch bin und ich vor allem würde wer jetzt morgen tot und so und ja und tempi die fresse entschlagen und weiß nicht wie man sich anlegt ja guck also egal ich muss jetzt mal kurz ernst machen das reicht mir auch jetzt sagen es rechte mir hier mit allen ich lasse mich nicht von allen hier runter pegen ich muss mich nicht morgen reicht mir das reicht mir ich kann das nicht mehr ertragen ich bin zu schwach geworden so ist ja auch nichts ja sollte ich nur mal kurz erwähnen ich wollte auch noch sagen dass astral ein hurensohn ist und so irgendwie aber ja keine ahnung sei bitte auch offen seine mails anzuschreien ich habe private ms bekommen die ich euch jetzt hier einblende sich mails von ihm beschweren dass er sie anschreit faktisch jetzt hier nur mal kurz zeigen nachher und ich bin noch mal kurz ob er sich nichts hier einkommen kurz ihr seht ihr ein typen die helfen wir jetzt mein klub nimmt so so länger kultur kurz schnell geliebt nicht gestorben also so rettet man sich auch von den meister von euch nicht möglicher zu holen sondern tut daran mit der galt